Da sind wir wieder. Ärger, Stress, bin beschäftigt. Den Vogel hier haben wir gerade eben noch abgefangen, bevor der reingeht. Der Zoodirektor. Vom Karneval oder Karnevalsdirektor. Latte. Heißt der Laden echt Latte? Ist mir doch Latte. Lol. Weißt du, er darf einfach A ohne Maske und B vor Öffnungszeit rein. Du hast eine Mitgliedsbescheinigung hier. Hey, hey, du, du, hast du eine Co-Maske? Sonst saßt ihr nicht rein. Oh, ist weiß. Voll die End ist tolle. Du musst die Tür ansprechen. Ja, aber erst um 10. Ach so. Latte, die exklusive Milchbar. Geöffnet erst ab 10. Genau, genau. Weißt du, da öffnen die schon erst ab 10, wegen Jugendschutz und so weiter. Und dann lassen sie trotzdem so kleines Lawiner rein hier. So Leute, Milchbar. Hier werden wir uns in dem Part aufhalten. Wunderbare, geile Kulisse. Wunderbare, geile Atmosphäre. Wir haben ein paar Alkohol-Jokes gehabt in den nicht-exzestiellen Parts. Was? Ich hab's heute auch echt mit meiner. Was hast du? Mö. Ach so. Ja, aber hier sind wir jetzt. In der Milchbar. Ich hab keinen Bock, die Alkoholwitz wieder auszupacken. Mein Herr, bitte halten Sie sich an die Regeln. In dieser Wahl müssen die Romanis Maske tragen. Ah, wunderbar. Ich hätte gern Ausweis. Ach, Sie haben die Maske, dann werden Sie schon volljährig sein. Was wollen Sie? Wir haben hier Milch-Whisky, wir haben Whisky-Wodka, Whisky-O. Whisky-Wodka. Milch-O. Südlich der Stadt gibt es eine Straße, die man Milchstraße nennt. Nein. Ich dachte, die ist irgendwo im Weltraum. Irgendjemand hat diese Straße mit einem riesigen Felsbrocken blockiert. Ich bekomme keine Lieferung mehr von der Ranch. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Fall den Chateur Romani empfehlen kann. Chateau. Oder Chateau, Chateur. Chapeau. Ach, Chateau. Ja, Mann. Und so und so. Ja, das war doch die unbesiegbare Milch, ne? Ja, Mann. Die unbesiegbare Milch. Boah, Alter. Alles ist scheiße. Boah, ey, du. Milch. Was? Ich will Milch. Kann man von mir eigentlich ein Schwips bekommen? Gib mir Milch. Was? Ich stamm mich nicht so an. Aber ich bin ja nur der verspielte Zweitgebobene. Oh. Und hier haben wir die Anspielung auf Luigi. Luigi. Ja, weil er sieht ja auch aus wie Luigi. Mein älterer Bruder kann viel besser mit Pferden umgehen als ich. Auch mein jüngerer Bruder ist mir da um einiges voraus. Okay, drei. Ja. Ja. Ich habe die Rage verlassen. Bin in die Welt des Showbizes gerutscht. Bin viel herumgekommen. Aber wozu das alles? Alles kacke. Für nichts. Aber ich musste einfach in die Unterhaltungsbranche einsteigen. Es ist einsam. So einsam. Ich brauche Milch. Das ist echt ein armes Schwein, ey. Aber das ist es eben. Jeder hat hier... Was? Stamm ich dies so an? Blablabla. Ich habe die Ranch verlassen. Für nichts. Aber ich muss selber... Verhaut mich anzusprechen. Ich bin deprimiert. So, geh mal zu dem Maestro. Wir hätten eigentlich einen Auftritt gehabt. Dabei wurde abgesagt. Nämlich nicht fett. Ich bin nur für's Fest gemästet. Das ist echt eine Kugel, Alter. Mit dem kannst du Bowling spielen. Dieses Lokal steht im Ruf, hervorragendem Platz für Live-Konzerte zu sein. Was für eine Schande. Trotzdem würde ich gerne einen Soundcheck machen. Ich möchte nur einmal erleben, wie es gewesen wäre. Hey, du. Würdest du mir wohl zur Hand gehen? Schwein. Nein, du bist minderjährig. Nein. Sklavi, was tust du? Okay, du spielst die Ocarina. Stell dich ins mittlere Scheinwerferlicht. Oh Leute, jetzt wird's geil. Geile Quest. Okay, pass jetzt genau auf. Spielen sie mit A und C. A habe ich aber gar nicht benutzt. Das ist eine geile Quest. Leider höre ich nix. Ja, schade. Wir bauen jetzt hier nämlich ein schönes Instrumental auf. Okay, das hört sich gut an. Mit der Anna. Was hört sich gut an? Dieses kratzende, sinnlose... Dieser kratzende, sinnlose Lärm etwa. Toto, der Bandmanager. Toto und Harry. Toto und Harry. Ja, das sind Toto und Harry, Alter. Die werden's gewesen sein. So, jetzt geht die Maskerade hier erstmal wieder los, Leute. Würdest du mir wohl zu... Das ist ein Dreckschwein. Okay, du spielst doch Schlagzeug. Stell dich hinten ins hintere linke Scheinwerfer. Weißt du, der dickste kriegt den kleinsten Scheinwerfer. Oh yeah, komm, spiel den Scheiß. Okay, pass jetzt genau auf. Toll, dumm, 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 dumm. Kuckuck sind nicht. Ist das Ben? Okay, das hört sich gut an. Oh Gott, was hört sich gut an? Dieses kratzende, sinnlose Lärm etwa. Zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Zwei gehen noch. Wollte ich gerade sagen, mach doch die Gähne. Das ist mal die Deko-Pfeife. Okay, du Pfeife. Du spielst doch das Blasinstrument. Stell dich vorne links ins Scheinwerferlicht und gib mir danach mal deine Nummer. Ich hab's ja mal auf meinem Blasinstrument spielen. Ja. Das war, glaube ich, gerade so der Tiefpunkt unseres Niveaus in diesem LP. Jawohl. Ich find die Quest einfach geil. Das ist eine total geniale Idee, Alter. Allein die ganze Atmosphäre hier in der Bar. Okay, das hört sich gut an. Der andere wieder. Kann mir mal irgendeiner sagen, welcher Idiot von Skriptschreiber mir dort den gleichen Text gegeben hat? Jetzt kommt eh der Beste. Ja, würdest du mal bei uns mal Hand gehen? Okay, du spielst doch Gitarre. Mach mal da hinten. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht da geht. Eins, zwei oder drei. Okay, passt jetzt genau auf. Und jetzt alles zusammen. Hört sich trotzdem kacke an. Kann ich nicht sagen gerade. Hörst du dann ja im Part. Wie er sich da unten einen abfreut. Yeah, yeah, das Groove, Bitch. Einen abwedelt. Ja. Juhu. Bravo, das war großartig. Ja, diese Melodie. Diese Melodie, sie bringt so viele Erinnerungen zurück. Das ist ihr größter Erfolg. Die Ballade vom Wienfisch. Gibt's doch auch in dem selberteil. Links Awakening. Ja. Sau geil, ist mir noch nicht aufgefallen. Dieses Lied hat die ursprünglichen Mitglieder der Indigo-Ghosts damals in den Olymp der Musikbranche gehoben. Der Indigo-Gyros. Vor langer Zeit habe ich dieses Lied beim Karneval der Zeit gehört. Wegen dieser Musik wollte ich ins Showgeschäft. Ich hatte gehofft, die Interpreten dieses Stückes kennenzulernen. Und dann habe ich nur Wolfgang Petri kennengelernt. Damals hatte Luno den Part der Sängerin übernommen. Sie war die Mutter der derzeitigen Sängerin, die auch Lolo heißt. Das war übrigens sehr kreativ, seiner Tochter den gleichen Namen zu geben. Also steht jetzt ihre Tochter auf der Bühne? Das würde ich gern mit eigenen Ohren hören. Es tut mir leid, dass ich dich ausgebucht habe. Buh, bitte nimm meine Maske als Entschädigung. Warte, ich reiß mir mal grad das Gesicht ab. Gerade zur Karnevalzeit kannst du dir sicher gut gebrauchen. Das ist die Maske des Zirkusdirektors. Wenn du die aussetzt, bist du direkt stinkbesoffen von Milch. Viel Spaß damit. Weißt du, während des Karnevals kannst du so eine Maske gut gebrauchen. Na ja, Nintendo, ich habe schon eure kleinen Anspielungen gecheckt. Könnt ihr euch von mir nicht verstecken. Jumpscare! Gott, Alter, die weint ja. Krass, ne? Das habe ich auch nicht mehr so in Erinnerung. Sprech ihm mal mit seiner eigenen Maske an, ob es da eine Reaktion gibt. Ich erinnere mich gerne an meine Zeit auf der Ranch, meine Brüder. Ich frage mich, wie es ihnen wohl geht. Guck mal, ob unser Fettklops noch mal was zu der Ballade Zinfisch sagt. Was hat er denn? Ich höre gerade Hip-Hop, Mann. Hey, spiel es noch mal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Willst du mir nicht zur Hand gehen, Digga? Ich gehe dir nicht mehr zur Hand, du perverses Schwein. Äh, wunder, wunderschöner Ort. Wunder, wunderschöner Ort, Alter. Meine Güte, Nintendo hört auf, Majora's Mask nur grafisch zu verbessern. Macht mal ein richtig neues Spiel da draußen. Nicht einfach nur Grafik hübschen, sondern einfach mal wirklich die Welt ein bisschen größer machen. Vielleicht mehr M-Pieces mal reinzustellen, aber immer noch die gleiche Welt. Äh, Nintendo, Nintendo, Nintendo. Ähm, ja. Wir haben jetzt die Maske des Zirkus-Dilektors. Ich habe auch gerade zum Swaxi gesagt, wir werden jetzt in nächstes Session uns dann um Kafais' Quest kümmern. Hier werden wir jetzt noch ein bisschen Kohle scheffeln, damit wir jetzt noch so drei, vier Minuten noch im Part haben. Und, ähm, ja. An Masken. Geh nochmal auf die Masken, Digga. Uns fehlt noch. Wir gehen jetzt mal eben durch. Maske der grimmigen Gottheit. Kriegen wir am Ende. Dann fehlt uns noch die Fuchsmaske. Eins. Dann fehlt uns noch, ähm, die Maske der Liebenden. Zwei. Und der Postbote. Drei. Wir haben alle Masken. So, Herzteile. Wie viele hast du gerade aktuell noch? Ähm, zwei. Gut. Wir bekommen ein komplettes Herzteil oben auf dem Mond. Durch die Aufgaben. Das weiß ich noch, oder? Dann gibt's, glaube ich, pro Bereich nochmal ein Herzteil, ne? Äh, ist das ein komplett? Ja, stimmt. Mit allen drei, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also, wir ziehen einen Herzcontainer ab. Der ist da oben. Das heißt, uns fehlen noch drei. Drei Herzcontainer. Drei Herzcontainer, vier, vier, acht, zwölf Herzteile fehlen uns noch. Ähm, wir kriegen bei der, okay, die Herzteil jetzt zusammen zu graben. Kann noch ein bisschen dauern. Aber was mir jetzt noch einfällt, ist, was du sagtest, die, mit dem Fuchs, äh, das Gebüsch. Das, das, äh, Fuchsgebüsch, dann von der Postbote einmal die zehn Sekunden stoppen und einmal das Herzteil aus dem, aus dem Briefkasten ziehen. Drei. Boah, Alter, dann wird's aber auch schon langsam krakelig. Drei. Bei Kaffais Quest, glaube ich, war aber auch nochmal irgendwo ein Herzteil drin, weil wir müssen bei Qua, bei Kaffais, bei Kaffais Quest, glaube ich, sogar zweimal. Es gibt, glaube ich, zwei Wege bei Kaffais Quest, die wir gehen müssen, ne? Ich glaube, die ersten zwei Tage musste man doppelt gehen, wegen irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr, wegen was. Wegen der vierten Flasche oder wegen der Maske. Stimmt, die Flasche haben wir ja auch noch offen. Guck mal bei den Items, was uns da eigentlich noch fehlt. Ich glaube, das geht jetzt erstmal schneller runter zu. Ich bin Corona, ich mach dich kaputt. Ähm, so, wir haben... Ich fehlt alles nur noch die letzte Flasche, dann haben wir alles. Und wir haben alles fertig in den Items, ne? Das war noch die Flasche, die fehlt, Tatsache. Krass. Ja gut, aber, äh, wir haben sicher pfiffige Zuschauer, die uns noch sagen können, wo wir eventuell noch Herzteile, äh, vergessen haben. Ach, natürlich, die 5000 von den Rubinen. Ja, natürlich, die 5000 von den Rubinen. Wenn du das Konto auf 5000 hochgekriegt hast. Das ist auf jeden Fall noch... Da sind wir jetzt, dann fehlen uns immer noch zwei Herzcontainer, Digga. Bei der Rechnung. Da, da, da ist 100% noch was. Ich glaube, nach Kafais Quest können wir noch das meiste machen. Ich weiß, die ganzen großen Quests... Quests... Außer Kafais haben wir jetzt fertig. Müsste, ne? Ja. Ja, die haben wir jetzt fertig. Also die ganzen nervigen, äh, ähm, Rumlaufquests wie, äh, die Frösche und die Urkunden haben wir zum Glück alles fertig gemacht. Ist jetzt wirklich... Sollte jetzt alles wirklich nur noch chillig sein? Also, wenn wir so weiterbleiben, so in dem Speed, haben wir... Kann es gut sein, dass wir so in den nächsten 10 Parts, äh, beim Mond sind. Oder sagen wir mal 5, 6. Dann sind wir schon beim Mond, Leute. Und dann geht's zum Finale, Alter. Bin auch mal gespannt, wo wir jetzt gerade so parrtechnisch sind. Ja, geht so ganz langsam Richtung Finale, Alter. Ja, schon fast traurig. Hat sich ja auch schon irgendwann dran gewöhnt. Ja, schade, ne? Und nochmal Jorahs Mars. Aber gut, Leute, wir haben ja noch ein bisschen Zeit mit gemeinsam und, äh, das läuft dann. Ähm, aber ich würde mal sagen, wir können jetzt hier auch den Stopp machen. Wir sind bei 14 Parts, der quetscht. Ich zahle die 500 Flocken noch ein und dann... Äh, Digga, mach mal den Stopp, sicher ist sicher. 30 Sekunden noch. Nee, Digga, wir sind erst mal bei 13 irgendwas. Was für eine Stoppuhr hast du? Na, eine Stoppuhr. Gut, dann gehen wir nach deiner Stoppuhr. Wenn wir nicht so sind, dann muss ich das bei mir leider minimal cutten, deswegen... Dödüm. Dödüm. Scheiß blöder Strike. Asozial, weißt du, das Video war anderthalb Jahre oben. Es war die ganze Zeit Übereinstimmungen innerhalb von Dritter. Krass. Und dann, ich hab den sogar erlaubt, das zu monetarisieren. Es war, es war, es war ein reines Fair Use Video und dann striken sie es mir von einem auf anderthalb weg, die Arsche. Weil es statt einfach zu sagen, komm, wir sperren's, dann nimmt das unten... Nein, wir hauen dir noch nen Strike drauf. So, alles klar, neue. Dann bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter mit Kava das Fest. Bis dann. Tilüüüü. Was ist denn raus?